Aus zum nächsten Duell! Affenkämpfer Ich spiele als Zweiter, ich spiele lieber als Zweiter, dann habe ich eine Karte meistens mehr Ich spiele diese drei. Ich spiele die Karte, ich spiele sie noch. Die Karte, ich spiele sie. Die Karte, ich spiele sie. Ich spiele sie. Sie spielen das Zeichen, ich spiele sie. Okay. Was? Okay. Zack. Machen wir es so. Was? Ich habe nur die hier. Ja. Na gut. Was habe ich denn alles? Also den Firewall Drache habe ich immer noch. Ich habe bestimmt, da gibt es bestimmt noch die stärkste Variante vom Firewall Drachen. Boah, was darf so stürfen? Ich liebe es jetzt schon. Was passiert, wenn ich die zerstöre nochmal? Wenn da durch den Karten ein Effekt zerstört wird. Ich glaube, das geht nicht, wenn ich sie durch die Karte hier ersetze. Na dann. Hm. Hm. Das kann nochmal, falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird. Du kannst diese Karte Striceri schwören. Oh, schön. Hm. 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 Was auch immer du machst, lass es, bitte. Hm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, wird ja eh jetzt verwendet Ach, ich habe den Dekodiersprecher doch Hä, warum konnte ich den vorhin nicht Ach so, Effektmonster Das war kein Effektmonster Das sind jetzt alles drei Effektmonster Ach, ich mache das so Diese Karte als Linkbeschwung beschworen wird Du kannst nicht verwendete Main-Monstrationen in Höhe der Anzahl der Monster bestimmen Die der Zeit in extra-Monster-Zone liegen Die ZDF können nicht verwendet werden solange diese Monster auch noch zu finden Nein Ja, komm Ach, bei dem war das, ne? Nee, Quatsch Einmal aktivieren Ja, ich mache das so Könnte noch ein Firewall-Draffen beschworen, ne? Aber nein Okay Okay. Das ist ein Arsch. Warte mal, das kann der nochmal. Ich tue ihn mal hier hin. Was? Aber... Arsch! Mach ich das so? Nein, 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 zwei Stufe. Den Honeybot. Steen und steen. Kann ich endlich mal hier Schaden machen? Komm! So. Alles klar, Klaus. Licht wurde ausgewählt. Was macht? Was? Was? So eine Karte ist das? Was? 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 Wie geht's? Was? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So... 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 Das war's für heute. Oh! Ist ja eh unwichtig. Oh! 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 Das war's. Geier! Ach du Scheiße, nein. Das war's. Das war's. Das war's. Hm, wen nehme ich denn jetzt? Das war's. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich könnte noch einen Firewall-Drachen, aber was bringt mir das? Das Firewall-Drache ist schwächer als das hier. Aber auch nur, solange der mit dem verlinkt ist. Der Dekodier-Sprecher wäre viel stärker, wenn er da oben, wo der Firewall-Drache wäre. Ah ja, komm hier. Zeig mal, was du hast. Oh nein, fuck. Das hab ich geahnt. Hör doch mal auf, jetzt Sachen zu beschwören. Ah, du bist... Hörst du mal auf? Einfach, solange sich diese Karte offen auf dem Spielfeld befindet. Du kannst ein Monster auf dem Spielfeld und oder im Friedhof bis zur Anzahl der Monster wählen, die mit dieser Karte kreuzgelenkt sind. Und gib sie auf die Hand zurück, falls es ein Monster, auf das diese Karte zeige ich, durch Kampf erstört. Gib sie auf die Hand zurück. Ich hoffe, ich verstehe den Effekt richtig. Ansonsten screw you. Die werde ich auf die Hand zurück. Genau. Einfach. Oh nee, jetzt kann er sich ja wieder trotzdem dahintun. Was ist denn jetzt los? Hä? Warum ist meine Verbindung weg? Internet! Hm. 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 Wird nicht viel bringen, oder? Hm. 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 Wird nicht viel bringen, oder? Wird nicht wahr? Wird nicht Leute sagen. Wird nicht mehrveis. Wir müssen gerne. Wird nicht mehr. Vielen Dank.